Hallo, jetzt wie angekündigt, die Überraschung der Filme steht aus zwei Teilen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss, bis bald! Hallo und willkommen bei Garten und Hühnerliebe. Heute präsentiere ich euch, was ich gesagt habe, die Überraschung. Hatte ich ja schon angekündigt im vorletzten Video. Ich habe eine Auszeichnung bekommen und diese Auszeichnung, die Plakette, die bringen wir jetzt mal an. Das macht mal Michi. So, da ist Michi und da ist die Plakette. Das ist die Natur im Garten, Plakette von der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. Oh Leute, es ist so kalt, ich kann die Kamera gar nicht ruhig halten, weil ich am Zittern bin. Ui, ja Leute, ist eisekalt. Hier ist die Plakette, die Auszeichnung von Natur im Garten. Die Plakette bekommt man, wenn man drei Grundkriterien erfüllt, zum Beispiel auf Pestizide vollkommen verzichten, keine künstlichen Düngemittel benutzen und so weiter. Dann gibt es noch andere Kriterien, wovon, glaube ich, mindestens ein oder zwei Punkte immer erfüllt sein müssen, in jeder Sparte. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich all die Kriterien erfüllt habe. Ich habe nur keinen Teich, da ist unser Garten einfach nicht groß genug für. Aber ansonsten habe ich alle Punkte erfüllt. Und es geht mir nicht darum, stolz zu sagen, oh gut, ich habe es geschafft. Mir geht es darum, das weiter zu vermitteln. Es geht darum, Insekten Platz zu bieten. Es geht darum, Wildkräutern, Kräutern Platz zu bieten. Und dann, ja, einfach, dass die Natur ihren Kreislauf hat. Mein Michi zittert auch gerade sehr. Dem ist es auch sehr kalt. Ja, danke. Ich glaube, wir halten den Film jetzt kurz, weil es wirklich sehr kalt ist. Das ist Weihnachten. Die Gans liegt am Ofen. Und, ja, dann verabschiede ich mich für dieses Jahr und sage Tschüss, bis bald. Und, ja, dann verabschiede ich mich für dieses Jahr. Und, ja, dann verabschiede ich mich für dieses Jahr. Und, ja, dann verabschiede ich mich für dieses Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020